Nett, nett, nett. Das ist ein sehr sinnvolles Zelt. An dem waren wir noch nicht drin. Die müssen uns doch irgendwie Sinn erfüllen, die Quattros, oder? Hey Süßer, ich bin Suse, die Tänzerin. Soll ich für dich tanzen? Der Tanz der sieben Schleier? Oh yeah, mach mal. Oh ja, tu es. Fast das gleiche, was ich gedacht habe. Alex und ich sind sehenverwandt. Suse, sorry, aber ich glaube, du bist noch zu jung. Ach, Mann, oh. Ihr seid alle doof. Ihr seid alle gemein. Was ist hier los? Ein Hafen. Aula. Oh, schöne Musik. Sehr schöne Musik. Ein großer Fang macht glücklich. Das versüßt den gesamten Tag. Schön, so Fischkutter zu sein. Ja. Ich glaube, mit diesem Schiff können wir irgendwann noch reisen demnächst. Du willst verreisen? Das geht nicht. Wir wissen nichts über Navigation. Vor einiger Zeit suchte ein spanisches Schiff nach neuen Kontinenten. Ah. Wenn sie Erfolg haben, öffnet das den Weg zu unbekannten Ländern. Verschlossen. Ach, das ist eine Tür. Das habe ich gar nicht im Richtig erkannt. Okay. Mit dir hatte ich gesprochen, ne? Ja. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall sagst du alles das gleiche. Was ist hier? Genau gucken. Ist hier irgendwas? Erstmal nicht. Also hier können wir später noch was machen, auf jeden Fall. Ach, das ist schöne Musik, muss ich mal so sagen. Ach ja. Gut, dann machen wir erstmal Bekanntschaft mit diesem Ort, der sich Aula nennt. Aula. Oh, das sieht nach einer Arzt aus. Dr. Emilio forscht nach Mitteln gegen Infektionskrankheiten. Er verteilt es kostenlos an der Rezeption. Okay. Dr. Emilios Freund wird vermisst. Sein Freund heißt Columbo. Dr. Emilio ist sehr besorgt. Ach, Columbo. Schön. Dr. Emilio ist ein guter Arzt. Er behandelt die Armen kostenlos. Ja, das ist ja so eine Art Robin Hood unter den Ärzten. Sehr schön. Wenn wir bessere Medizin hätten, könnten wir mehr Leben retten. Ah, Dr. Emilio ist darüber sehr verzweifelt. Also hier wird Medizin verlangt. Wir müssten uns normalerweise merken, wer was benötigt. Aber ich hoffe, ich versuche das mal in meinem Kopf zu behalten. Also hier wollen sie Medizin haben. Unser Kind leidet an Fieber. Dr. Emilio tut alles, was er kann. Kann ich mit dem auch reden? Stimmt. Es ist so heiß. Ich fühle mich schrecklich. Ja. Wie war denn das? Medikamente, Medikamente irgendwo. Wir werden auf jeden Fall irgendwie noch nach und nach den ganzen Leuten helfen und die Wirtschaft ankurbeln. Was ist los? Du bist krank? Du siehst doch kärngesund aus. Ja, bin ich ja auch. Kann ich hier von der Medizin naschen? Ich glaube, das will ich auch gar nicht. So. Das war das Hospital. Wer bist du? Hallo? Die Königin von Spanien regiert einst ins Schloss Toronia. Sie drehte durch, nachdem ihre drei Söhne auf einem Schiff starben. Okay. Ach, da oben geht es auch noch weiter. Ho, ho, ho. Was ist denn hier drin? Handwerk. Ich stelle gern solche Töpfe und andere Dinge her. Ich soll einen schönen Kirchenschmuck entwerfen. Nur was? Vielleicht könnte ich ein wertvolles Mineral verwenden. Der will also ein wertvolles Mineral haben. Okay. Ich heiße Heinz. Ach, da ist er wieder. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Bis jetzt gibt es kaum Industrie. Auch hier muss man etwas unternehmen. Denn ohne die Industrie gibt es auf Dauer keinen Fortschritt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Das können wir alles ankurbeln. Also dies ist die zweite Stadt, in der wir groß die Entwicklung ankurbeln können. Und vier oder fünf Städte gibt es, wo man das machen kann. Es gibt jede Menge Sardinen, doch sie verderben leider so schnell. Es müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Ah, der will, glaube ich, eine Dose haben. Praktisch, äh, ja, Konserven, äh, Sardinen machen. Und was ist das denn da? Das sieht aus wie so ein, äh, Schmetterlingsnetz. Das kriegen wir bestimmt von ihm, wenn wir ihm diese, äh, Dose bringen. Ah. Junge, kennst du die Quattros? Sie sind Nomaden und reisen umher. Sie tanzen, singen und handeln mit den Menschen. Ich dachte eben, handeln mit Menschen. Gut, dass da denen steht. Und handeln mit den Menschen, um Geld zu verdienen. Also können wir mit denen auch irgendwie handeln. Frage ist nur, was wollen die? Kirche! Hallo, Pater Braun. Alle Menschen sind Kinder Gottes. In seinen Augen sind wir alle gleich. Lasst uns beten. Nö, jetzt nicht. Gottes Güte ist grenzenlos und er beschützt die Schwachen. Naja, nicht immer. Meine Schwester liegt krank im Hospital. Ich bete jeden Tag dafür, dass es ihr besser geht. Ja, bete lieber, dass ich schnell Medikamente finde, junger Mann. Okay, ähm. Wer bist du? Du siehst auch so aus wie Melina irgendwie. Hallo. Ich rede mit dir. Hast du von Spanien gehört? Etwas unsagbar Böses ist dort über das Land gekommen. Mhm. Oh. Im Orden. Eine Truhe? Ein Glückselixier. Das nehmen wir doch mal direkt. Gleich austrinken. Und? Ein Glück. Punkt. Jo. Mal sehen sie. Das passt schon. So, was haben wir hier? Wer bist du? Im Schloss Theronia soll es vier mysteriöse Bilder geben. Angeblich enthält es Juwelen anstatt der Augen. Das führte dazu, dass sich viele Diebe dafür interessierten. Aber keiner kam je zurück. Okay. Interessant. Also, Juwelen in den Bildern im Schloss. Vielleicht können wir die ja rausnehmen und dann irgendwie damit handeln. Mit Juwelen. Vielleicht ist das ja dieses spezielle Mineral, womit er seine Töpfe verzieren will. Könnte vielleicht sein. Oh, ein Händler. Willkommen. Was hast du gekauft? Was war das denn nochmal? Ach, das sind die Fluchdinger. Götterknollen. Ja, ich habe hier noch genug, ne? Kann ich mir zu viel kaufen? Ach, wir konnten vorher gar keine Götterknollen kaufen. Ich kaufe mal sechs Stück. Hohohoho. Okay, der hat nur Kräuter. Und du hast doch bestimmt wieder eine Waffe. 980. Minus sieben. Ja, den kaufe ich bestimmt. Die Rüstung bringt plus vier. Ja, das ist alles nicht so doll. Soll ich die Rüstung kaufen? Na, wir haben ja genug Geld. Wir haben genug Geld. Komm, wir kaufen die Rüstung. Ja, mehr hat er nicht, was wir gebrauchen können. Dann gehen wir doch mal in unser Rüstungsmenü hier rein. Und rüsten uns mit der Rüstung aus. Silberrüstung. Klingt gut. Klingt sehr stabil. Haben wir ausgerüstet. Sehr schön. Dann gehen wir noch mal hier, gucke. Ein Inn. Da können wir bestimmt pennen. Ja, vielleicht. Gibt es hier was zu essen? Lecker. Lecker. Sehr schön. Und da ist auch noch Fisch daneben. Lecker. Und noch ein Stück trinken. Lecker. Jetzt freut er sich doch. Das wächst wieder nach. Das Fisch ist wieder da. Das ist interessant. Wächst wieder nach. Ist auch gut. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wo kommst du her? Was? Kanalisation? Da habe ich einige Geschichten gehört. Da war dieser Mann, der uns vor seinen großen Träumen erzählte. Von seinen großen Träumen. Ich kann nicht reden. Er hieß Columbo. Und er sagte, er suche nach einem neuen Kontinent. Er ging nach Spanien, um seine Geschichte zu erzählen. Kommt mir alles sehr bekannt vor. Ist das Roy? Wir werden uns wiedersehen. Das weiß ich. Hast du die Prinzessin gesehen? Nach dem Tod des Königs verschwand sie aus Loa. Seltsam. Ich dachte, dass du vielleicht etwas wissen könntest. Tut mir leid, da weiß ich nichts. Ich floh aus Spanien. Dem angrenzenden Land. Es war der reinste Horror. Ein gleißendes Licht kam aus. Äh, kam vom Schloss. Mir gelang gerade noch die Flucht. Aber meine Frau und mein Kind. Oh ja. Anscheinend don't. Du kannst durch das... Was? Du kamst durch den Zoll? Das muss ganz schön schwierig gewesen sein. Ich hörte, der König von Loa wurde ermordet. Es kam zu Tumulten. Ach so. Ich sollte unseren müden Gast nicht überanstrengen. Es macht 10 Taler. Ja, okay. Ich habe ja noch Geld. Okay, ich bleibe. Das Zimmer ist dort. Gute Nacht. Okay, schlafen wir noch eine Runde. Ja. Wenn ich so auf die Uhr gucke... Ja, es sind noch 5 Minuten. Die spielen wir aber auch noch. Ich hätte sonst ganz gerne einen Cut gemacht. Damit wir in der nächsten Runde praktisch gleich den nächsten Dungeon anfangen können. Aber macht ja nichts. Dann fangen wir halt gleich diesmal gleich schon an. Du willst essen? Unsere Spezialität sind gegrillte Sardinen. Was meinst du? Willst du sie mal kosten? Ich konnte ja gar nicht antworten. Von daher... Nein. Anscheinend nicht. Also wir müssen bald mit dem Handel anfangen. Haben wir denn schon irgendwas, was die Leute hier gebrauchen können? Ich gucke nochmal in unser Inventar rein. Haben wir irgendwas bei uns? Wir haben eigentlich nur... Wir haben eigentlich nur Orchideen. Und ich glaube, für die weiß ich schon... unseren Empfänger. Aber gut. Erstmal können wir nichts machen. Wir betreten jetzt den nächsten Dungeon. Könnt ihr also in dieser Folge noch... begutachten das Schloss. Ich bin der Meinung. Alex! Sieh, diese Flüssigkeit ist pure Säure. Wenn du da reinfällst, wirst du bald anders aussehen. Ähm. Okay, also... Aber ich kann hier lang. Okay, alles klar. Ich kann mich erinnern, dass der Endgegner dieses Schlosses ziemlich hart war. Aber wir werden das ja dann sehen. Gut, betreten wir mal das Schloss. Oha. Wow. Noch nicht tot? Drei Stück? Die sind schon ziemlich stark jetzt. Also wenn ich drei Schläge brauche für so einen Typen... Halten wir uns erstmal links und gucken, was da los ist, oder? Oh, ne Spinne. Skelette, das finde ich aber geil. Fledermäuse, die kennen wir ja schon. Oh, da ist ne Spinne. Okay, die schießen. Joa. Ist in Ordnung. So. Was haben wir denn da? Fledermaus. Die sind zumindest mit einem Schlag tot. Das ist ja schon mal akzeptabel hier. Upsala. Zahra. Okay, was bringt uns das hier? Oh, da ist ne Truhe. Oh nein, nicht runter... Ach, ich kann gar nicht runterfallen anscheinend. Gut, auch gut. Das freut mich. Was haben wir hier? Hier ist noch nie eine Silberrüstung. Waldkraut. Okay. Was ist das? Sieht aus, als wäre da ein Riss in der Wand oder so. Aber ne, ich glaube, das ist einfach nur so. Okay, da gab's einfach nur... Kann ich da reinspringen? Ne. Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir erstmal einen anderen Weg lang. Das war's ja erstmal. Vorerst. Ich möchte ja ganz gerne das Skelett auch töten. Wow. Das ist echt toll. Chaka greift. Chaka! Du schaffst es. Okay. Das war Chaka. Dann... Gehen wir direkt mal an die rechte Seite des Schlosses. Die Musik ist... Ja, die Musik hat was. Ist so ein bisschen dramatischer. Ist halt so typische Dungeon-Musik halt, ne? Wobei mir insgesamt... Also die... 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 Die Lieder von den Dörfern und so in Städten immer am... Am meisten gefallen bei Terranigma. So. Dann gucken wir jetzt mal hier rechts. Wenn das einigermaßen vernünftig aufgebaut ist, das Schloss, dann sollte das... Zwei Seiten haben. Das ist auf... Soll ich hier mal runterspringen? Okay, das war keine gute Idee. Joa. Dann würde ich sagen, müssen wir uns doch nochmal in die Mitte des Schlosses... Das war... Machen wir euch nochmal kalt hier. Wenn ich mich kalt gemacht habe, würde ich sagen, ist es... Ach, an der Zeit für einen kleinen Cut. Und dann erkunden wir gleich den Hauptbereich des Schlosses in dem nächsten Part. Ich geh schon mal hier... Oh, da ist noch einer. Den machen wir noch kalt zusammen. Komm her. Yay. Okay. So, die ist auch weg. Jo. Ah, hier können wir noch hochgehen. Oh. Was sind das für Gemälde? Die Augen der Menschen wurden herausgeschnitten. Gespenstisch. Wie in einem Albtraum. Das sind also die vier Gemälde, mit denen wir... Also, ja. Da, wo wir die Augen mit Edelsteinen anscheinend bestücken müssen. Oder, ne, die ja geklaut worden sind. Oder irgendwie sowas war das. Wir werden gucken, was genau dahinter steckt, Leute. Aber erst im nächsten Part. Und ich denke, wir sollten uns der Aufgabe stellen. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, let's play Terranigma. Wir sehen uns im nächsten Part.